Soll ich mal vortragen? Ja, wo? Also diesen Brief hat Goethe an Charlotte von Stein geschrieben, am Sonntag, den 14. April 1776. Ach, so viele tausend Menschen kennen dumpf sich treibend kaum ihr Eigenherz, schweben zwecklos hin und her und rennen hoffnungslos in unversehenem Schmerz, jauchzen wieder, wenn der schnellen Freuden unerwarte Morgenröte trägt. Nur uns armen, liebevollen beiden ist das Wechsel seit Geglück versagt. Uns zu lieben, ohne uns zu verstehen, in dem anderen sehen, was er nie war, immer frisch auf Traumglück auszugehen und zu schwanken, auch in Traumgefahr.